Und einmal willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, deshalb auch nicht willkommen zurück, wat laver ich, auf jeden Fall willkommen zu Let's Play Splatoon 2 Online, alter, ja, fucking Splatoon 2 Online spielen wir jetzt. Und, ja, ihr wisst ja, ich bin nicht so gut, weil ich Splatoon 1 halt nicht gespielt habe, deshalb bin ich jetzt nicht der absolute Splatoon-Veteran, deshalb kann das auch ziemlich interessant werden eigentlich. Und, ja, ich hoffe, es wird auch ein ganz gutes Let's Play, aber, ja, ich bin schon auf Stufe 3, ich werde auch immer ein bisschen privat spielen, ich werde auch schon direkt im nächsten Part mal eine neue Waffe freischalten. Also, halt, wir werden am Ende des Parts, glaube ich, immer eine Waffe kaufen, die ich dann im nächsten Part nutze, vor allem im nächsten Part ist dann auch fucking Splatfest, das gucken wir uns gleich noch an. Oh, ich habe einen Kill, alter, das hätte ich nicht gedacht. Und, ja, ich bin noch nicht so gut in dem Spiel, deshalb bitte, ne, Nachsicht haben. So wie der zum Beispiel, dieser Crazy Boy, alter, scheiße, den hätte ich echt killen können. Das Problem ist, ich sitze ein bisschen tiefer als die Nintendo Switch, deshalb ist, das wird immer so irgendwie angezeigt. Ich muss den Controller mal ein bisschen komisch halten, fällt mir gerade so auf. Aber das sollte ich hinbekommen. Okay, ich habe immerhin schon einen Kill, alter, für einen Anfänger ist das eigentlich ganz nice. Weil ich bin ja auch schon immerhin, immerhin bin ich ja schon Stufe 3. So. Oh, fuck, da kommen wieder irgendwelche Leute. Und wollen irgendwas von mir. Ich gebe auch mein Bestes, alter. Na, was ist das denn schon wieder? Okay. Alter, wo kommt der denn her? Aber ich habe ihn noch gekillt, alter. Aber was war das? Kann man sich hier irgendwie... Na, der hat wahrscheinlich schon irgendeine Port-Waffe oder irgend so einen Mist, hat der schon. Lol, als ob ich den jetzt nicht gekillt habe. Als ob ich es nicht... Oder habe ich den auch gekillt? War das jetzt... Haben wir uns gleich beide... Das war wieder dieser Crazy Boy. Boah, haben wir uns beide gleichzeitig gekillt, oder wie? Zieht dieser Bereich eigentlich auch? Ich färbe ihn einfach mal ein. Können die mal in die Kommentare schreiben. Zählt der Bereich da hinten auch? Weltweite Spritzen, alter. So nenne ich den Parts. Oh mein Gott. Ist doch global, ne? Ja, ist global auf jeden Fall. Okay, alter. Ah, da portet sich jetzt eh jemand von mir hin. Also ein bisschen verstehe ich das Spiel auch. So ist es nicht, alter. Okay, und hier hin, alter. Okay. So. Alter, wo kommst du her? Ja, alter. Ich habe eventuell schon drei Kills oder so. Und für eine richtige An... Das ist vielleicht meine dritte oder vierte Splatoon-Runde. Ich habe nicht viel privat gespielt. Ist das eigentlich ganz nice, alter. Splatoon 1 habe ich ja auch nie gespielt. Auch nie bei Freunden oder so. Da habe ich auch nie Splatoon angefasst. Also ist das wirklich so meine vierte Online-Fucking-Runde. Jetzt nicht mehr sterben, alter. Flieh einfach, flieh einfach. Oh, gosh. Hier hätte er vielleicht noch was einfärben können. Ja, wir haben verloren. Scheiße. Na ja, egal. Äh, egal. Egal, alter. Egal. Okay. Oh, man. Sad. Was? Ich war echt der Beste aus dem Team? Sechs? Warte, was sind denn die Kills? Als ob ich sechs Kills hatte. Kann ich mir nicht vorstellen. The fuck. Ja, hier sieht man Stufe 3. Und ja, wir sehen uns gleich im nächsten Kampf. Ha, Leute. Äh, ich habe gerade gelesen, dass ich noch ein kleiner Fisch bin. Ja, so sieht es doch aus, alter. War das das? Eine Kletterhalle? Sah irgendwie so aus. Auf jeden Fall bin ich noch ein kleiner Fisch in dem Spiel. Das hat sogar das Spiel gerade selber gesagt. Ja? Kleiner Fisch. Und, äh, das kann ich nur bestätigen. Weil, äh, keine Ahnung, ne? Splatoon-Anfänger und so. Splatoon 1 nicht gespielt und deshalb der Anfänger hoch 3. Ich spiele übrigens mit den Anfangs, mit der Anfangsausrüstung. So irgendwie dem weißen Stirnband. Den Leinenschuhen oder wie die heißen. Dem Junior-Kleckser. Meine Waffe ist der Junior-Kleckser. Und, äh, mit solchen Sachen spiele ich halt. Also nicht besonders gut. Aha, warte, guck mal. Guck mal, hier, guck mal. Guck dir den an, alter. Was? Bring ich es echt nicht gerade fertig, den zu killen? Alter, und was war auch wieder... Ich muss sagen, die Kamera ist manchmal sogar ein kleines Problem. War das jetzt mein Kill? Holy shit, kann ich mir nicht vorstellen, alter. Aber die kesseln es ja richtig ein, alter. War das jetzt wieder ein Kill? War das jetzt wieder ein Kill? Oh, man. Aber ich muss sagen, so nach den ersten Splatoon-Runden, das Spiel bockt richtig krass, alter. Ja, fuck dich. Fick dich, alter. Ja, komm, was soll ich da denn machen? Guck dir den Dennis an. Curling-Bombe. Alter, habt ihr gesehen, wie viel da kam? Da hätte ich nichts machen können. Ich dachte vielleicht, weil die da über die Rampe-Dingsen, erwischen mich die Bomben da nicht, wenn ich mich da verstecke. Ach, denkste, alter. Die haben mich zerstört, die Bomben. Okay, so. Reinigungs-LP, alter. Das wäre auch so ein gutes Spiel zum Streamen, aber ich will erstmal auch hier das Let's Play machen. Und ich hoffe auch, dass euch das Let's Play gefällt. Aber da kann ich das nicht nachspritzen, okay. Ja, dann kann ich auch den nicht machen. Alter, als ob das alles deren Bereich ist. Ne. Wir werden auch natürlich andere Kämpfe machen. Und ich hab da auch noch so eine Waffe. Also ich werd mir auf jeden Fall gleich am Ende des Parts immer neue Sachen kaufen. Was wir uns dann während des Parts so alles, ich sag mal, ergattert haben, ne. So an Sachen. An Ausrüstung. Okay. Noch eine fucking Minute. Wir können mir vielleicht auch schon mal Tipps geben ins Platoon, weil ich bin ja jetzt nicht wahrlich der Beste. Bin ja nicht wahrlich der Beste. Aber der kann jetzt auch mit mir hier aufräumen. Ah. Nähern wir uns eigentlich so dem gegnerischen Bereich? Ich glaube nicht. Oh fuck, da kommen welche. Oder? Ja, da sind auf jeden Fall gerade welche gekommen. Okay. Da geht's ab. Oh, hinter mir auch. Ja, leck mich, Alter. Ja, nimm das hier. Nimm das hier. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Jetzt bin ich so ein bisschen wieder in Sicherheit, hab ich das Gefühl. Ich fühl mich jetzt ein bisschen sicherer. Dieser komischen Scheiße, die ich da habe. Stirb, du Bastard, Mann. Das kann doch nicht sein. Wieder dieser Dennis, Alter. Meine Fresse, Alter. Immer krieg ich von dem aufs Maul. Das kann doch nicht sein. Oh, Mann. Okay, ja. Bring jetzt eh nichts mehr. Wir haben wahrscheinlich wieder verloren. Ich versuche noch irgendwie was einzufärben. Oder vielleicht einen Kill noch zu machen. Ja, okay. Ich habe noch einen Kill gemacht. Ah, Gacke. Ich habe versucht, alles aus dieser Runde rauszuholen. Aber man sieht, dass wir hart verloren haben. Dass wir hart verloren haben. Nee. Ziemlich knapp sogar. Okay. Lol. Als ob ich wieder mit 850 Punkten der beste aus dem Team war. Leute, ich bin Stufe 3. Gucke euch die Scheiße an, Alter. Haha. Da sieht man die Ausrüstung. Okay, gut. Finde ich auch wichtig, dass die eingeblendet ist. Gut. Bis gleich, Alter. Na toll. Jetzt ist noch ein Obersüchtling gejoint, der einfach auf Stufe 12 ist. Boah, bitte sei in meinem Team, Alter. Ja, er ist in meinem Team. Das ist dieser K-Typ. Der, der da. Dieser Kahn-K-Mü-Gel-Typ. Der ist einfach Stufe 12, Alter. Wie krankheftig ist das denn? Wie der abgeht, Alter. Die färben nie die hinteren Bereiche ein. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber ich denke mal schon, oder? Naja, egal. Naja, eigentlich nicht so egal. Aber ich färbe es einfach mal ein. Okay. So, aber das Spiel bockt auf jeden Fall wirklich. Was ist eigentlich diese R-Waffe da? Man hat ja so eine Waffe auf R. Oh, scheiße. Leck mich, Alter. Ja, genau. Übertreib doch noch mehr. Oh, Alter. Den habe ich doch gekehlt. Flieh, 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 flieh. Versteck dich. Versteck dich. Ach, komm. Ja, zwei gegen einen. Und es ist wieder der Dennis. Der ist doch voll auf mich abgesehen, Alter. Den einen konnte ich noch killen, aber den anderen auch noch nicht. Dann ist auch gut, Alter. Dann ist auch echt gut. Meine Fresse, ich kann doch nicht alles machen, Alter. Oh, wieder dieser fucking Dennis. Ich hoffe, ich biete euch auch relativ gutes Splatoon-Gameplay. So als Anfänger und so. Wirst du Bescheid. Ja, genau. Ja, als ob. Es sind immer die gleichen Namen, ne? Es sind immer die zwei. Es sind immer diese zwei Leute. Es sind immer die gleichen, Alter. Das kann doch nicht sein. So. Junge, es ist einfach der Anfangsbereich hier. Und es ist schon alles grün. Es ist einfach schon alles grün. Obwohl wir den Stufen-12-Typen bei uns haben. Ja gut, das muss ja nichts heißen. Aber trotzdem, Alter. Heftig. Okay, wenigstens gewinne ich so ein bisschen was zurück jetzt. Und da am Rand geht's überall ab. Ich bin der Heftigste von allen. Ja. Alter, leg mich am Arsch. Der kommt da einfach von der Seite. Ich hab's auf den Typen da abgesehen. Habt ihr ja gemerkt. Und dann kommt der da einfach von der Seite angerast. Alter, leg mich am Arsch. Aber das Spiel macht unheimlichen Spaß. Hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel, dass das fucking Spiel so fucking spaßig ist. Oder mich auch einfach zum Ausrasten bringen kann. Alter, das ist der erste Part. Komm mal runter. Ey, Leute. Vielleicht hab ich auch ein scheiß Team an sich, weil ich bin an sich scheiße und bin trotzdem immer auf Platz 1. Ich hab immer die meisten Punkte. Ja, hat er gut gemacht. Ich brauch auch eine bessere Wache. Wache. Waffe. Wir kaufen am Ende des Parts ein. Ich hab jetzt ein paar Münzen auch gesammelt so. Wir kaufen auf jeden Fall am Ende des Parts eine neue Wache. Und auch vielleicht noch neue Kleidung. Das werden wir machen. Lol. Yes. Yes, ein Kill. Okay, ich glaub, das ist der erste in dieser Runde. Oh Gott. Eine Katastrophenrunde ist das. Ist mir egal. Alter. Okay. So. Ah, 10. 9. Ja, jetzt wird's die eindeutigste Kacke. Ja, genau. Bring mich am besten noch um. Nee, ich hab's noch überlebt. Lol. Oh, wir wurden zerstört, Alter. Wir wurden so übel zerstört. Ja. Gönnt euch das, Alter. Fuck. Ich hatte einen Kill. Ist auch für mich schon ein bisschen wenig, Alter. Oh Gott. Ich will mich natürlich auch verbessern in dem Spiel. Aber ein Kill ist ein bisschen. 1009 Punkte? Was ist denn mit dem, äh, Stufe 12 Typen passiert? Null Punkte? Was? Wovor ist das da rausgegangen oder was? Naja. Mir egal. Ist das hier wie ein Mario Kart, dass dann irgendwie das so ist, dass Leute kommen, die ungefähr auf dem gleichen Niveau sind? Weil hier ist jetzt ein Typ, der ist auf Stufe 17 und der ist im gegnerischen Team. Lell. Oh, gosh, Alter. Ja, okay. Ja. Ja. Ich gebe trotzdem mein Bestes. Natürlich, Alter. Natürlich. Warum sollte ich das denn nicht tun? Ich finde es auch interessant, dass man manche Orte bespritzen kann und manche nicht. Eigentlich ziemlich interesting, wenn man so drüber nachdenkt, Alter. Okay. Ja, diese, diese Kletterhalle, hier diese Kletterhallenbude. Oder diese, ja, das ist ja eine richtige Halle, so wie eine alte Fabrik, Alter. Die Map finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Ich muss sagen, dass ich diese Map ziemlich geil finde. Komm, Camper, Alter. Ja. Aber echt so, ne? Richtig in der Ecke gestanden, aber der hat es doch gesehen. Der müsste es doch eigentlich sehen, dass ich da einfach da so reinkomme. Jetzt habe ich mir wahrscheinlich einen Feind gemacht. Das war aber nicht der Stufe 17, Typ. Mann, Alter, David. Ja, super. Mit seinem Klecksroller macht er mir alles weg. Aber ich finde den Klecksroller an sich mega geil, so. Also, wenn ich mir das so angucke, wie man den spielt, dann würde ich ziemlich gerne mit dem spielen. Vielleicht kann ich den gleich sogar kaufen. Obwohl das auf Stufe 3 niemals möglich sein wird, wahrscheinlich. Aber wir gucken einfach mal. Was ist das denn jetzt für ein Roboter, Alter? Was ist das denn jetzt wieder? Was? Was ist hier? Wow. Wow, Alter. Ey, wieder dieser Typ. Ist das der, bei dem ich gecampt habe? Ne, der hatte keinen Klecksroller. Einer von denen hat es doch bestimmt auf mich abgesehen. Ich hoffe nicht, Alter. So. An sich Shooter. Sehr wenig gespielt, Alter. Aber, also Splatoon macht richtig Bock. Splatoon bockt richtig, Alter. Das ist auch wieder so ein Grund, sich eine Switch zu holen. Wirklich Splatoon bockt richtig, Alter. Oh, da ist doch jemand irgendwo, oder? Ah, ne, ist grad gekillt worden von irgendwem. Obwohl da doch keiner ist. Naja, meinetwegen. Okay. Noch eine Minute und wir sind gefühlt wieder zerstört worden. Alter. Mein Gott. Obwohl ich jetzt, glaub ich, schon eher auf der Hälfte des Gegners bin. Ich trau mich ja hier richtig was, Alter. Ich als Anfänger hier einfach reinzuspazieren. Okay. Aber ich werd ja hier echt nicht behindert, Alter. Oh, scheiße. Mann, verpiss dich doch. Ja, ich hab ihn gekillt. Wie hab ich denn das gemacht? Das war der Halms, das war der Stufe 17 Typen, Alter. Heftig. Wie hab ich das denn gemacht? Oder, aber ja, ich bin eher auf der Seite des Gegners. Ja, fuck, Alter. Ah, scheiße. Ah, kacke. Aber nur noch 14 Sekunden. Ja, ich hab da viel eingefärbt und jetzt geht alles wieder weg. Jetzt geht da alles wieder in den Bach runter, Alter. Leckt mich am Arsch. Scheiße. Ich versuch noch irgendwie was einzufärben. Ich versuch dann auch schnell hinzukommen, hier irgendwas zu gewinnen. Ah, tue ich nicht mal. Ah, die haben das alles wieder eingeholt, was ich da gemacht hab. Ich hab halt nur diesen Junior-Kleckser, Alter. Ja, ich war gar nicht mal... Nee, ich war überhaupt nicht so auf Gegnersebene. Vielleicht so gegen Ende, aber wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen, Alter! Yes! Siegbonus plus 1000 Punkte, was? Heftig! Heftig! 1900 Punkte! Krass, Alter! Und Stufe 4 haben wir erreicht, Leute! Wir haben fucking Stufe 4 erreicht. Wie nice, Alter! Das war richtig geil! Hoffentlich wird's im nächsten Kampf genauso. Hier ist grad jemand gejoint, der wieder ein Abonnenter ist. Marcy! Lel! Oh, gosh! Ist er bestimmt nicht. Naja! Egal! So, machen wir weiter hier! Beim Spaß! Beim Spaß hier, Alter! Lel! So... Dann ist wieder diese... Auch diese hier, diese... Diese komische Fahrradpiste hier. Die ist auch richtig geil, diese Map. Das ist halt ein bisschen kacke, dass immer hier dann nur zwei Maps ausgewählt sind. Ich finde, man hätte das so wie ein Mario Kart machen sollen, dass man die selber auswählen kann. Warum macht man sowas nicht rein? Das ist so etwas Simples. Naja, meinetwegen, Alter. Meinetwegen dann halt nicht. Yes! Kill! Oh, Leute, Alter! So... Fuck! Fuck! Okay, der Klecksroller-Typ hat mich anscheinend nicht bemerkt. Ich hab ihn gekillt! Aber er hat mich auch gekillt. Scheiße, Alter! Naja. Das war wieder dieser Crazy Boy. Den zu killen. Ah, das hat jetzt gut getan, ne? Haha, nein, Spaß. Oh, man. Aber wir haben jetzt Chancen. Wir haben jetzt Chancen. Wir haben jetzt eigentlich Chancen. Also, letzte Runde war gut. Vielleicht wird das jetzt wieder genauso geil. Sehen wir dann. Okay, der macht ja anscheinend alles schon. Dann mach ich mal den hier, Alter. Okay, den macht er auch. Ah, fuck, da ist irgendjemand. Was ist das denn für eine Scheiße? Okay, hab ich kaputt gemacht. Fuck, hinter mir ist einer. Ey, wieder so eine Scheiße, dass beide gleichzeitig sterben. Was ist denn das, Alter? Ah, da unten steht, wenn ich erledigt habe. Und ob ich das war. Okay. Gut, dann weiß ich das jetzt auch wenigstens. Ob ich irgendwann irgendjemanden gekillt habe. Okay. Hier war noch irgendjemand gerade, aber der ist verschwunden. Ja, gut so vielleicht. Ah, nee, da oben ist er. Das ist, glaube ich, den, den ich eben gesehen habe. Yes, Mann. Der Marsi war's. Lel. Und da geht jetzt der Punk ab. Scheiße. Okay. Okay, hier, hier ist noch einiges einzufärben. Und auch ein Gegner. Lel. Okay, mach du, war das hier. Oh, scheiße. Yes, Alter. Wieder der Marsi, Lel. Okay. Als ob ich den nicht treffe. Was war das denn für eine Scheiße? Junge, kannst du nicht zielen? Wie kann man denn zielen in einem Spiel? Man kann doch irgendwie zielen wahrscheinlich. Oder? Oh, lol, okay. Das ist auch so eine Spezialwaffe, oder wie? Kann es sein, dass jetzt in den letzten Sekunden alles auseinanderbricht? Die Runde war so gut, irgendwie. Die war so gut, Alter. Das ist so ärgerlich jetzt gerade, ne? Oh, färbt die Scheiße ein. Das war kacke jetzt. Ah, die haben knapp gewonnen. Ey, Mann, Alter. Diesen mittleren Bereich. Ne, wir haben echt gewonnen. Heftig. Ja, das ist sogar relativ eindeutig. Ja, was laber ich, Alter? Oh, Mann. Ja, 1900 Punkte. Was geht ab? Okay. Einen letzten Kampf, Leute. Machen wir auf jeden Fall noch. So, Alter. Jetzt bin ich gespannt. Meine Fresse, Alter. Okay. So. Okay. Wieder diese, wieder diese Map. Wieder diese fucking geile Map. Okay. Alter, hier ist keiner. Direkt einfach mal, direkt einfach mal in die Mitte. Und wirft das mal. Na, scheiße. Alter. Oh, fuck, Alter. Besser da weg. Am besten einfach weg. Mach hier meine Punkte. Meinetwegen. Chill mal, Alter. Da ist jemand. Ah. Die treffe ich aber nicht. Die treffe ich never. Ah, kacke, Alter. Okay, in die Mitte auf jeden Fall. Die Mitte gehört mir, Mann. So. Okay. Man kann doch irgendwie zielen mit irgendeinem Knopf, Alter. Ey, leck mich am Arsch. Das geht doch mit irgendeinem Knopf. So, Alter. Ach, du Scheiße. Ich bin jetzt mal ganz gut ausgewichen, aber Alter. Jetzt werden wir rasiert gerade. Jetzt werden wir gerade echt rasiert. Das ist gerade echt scheiße. Jetzt gerade werden wir echt rasiert. So. Okay. Ich habe den Angriff jetzt von dem noch irgendwie überlebt. Das kann doch nicht sein, Mann. Was ist denn hier los? Es passiert nur Scheiße, Alter. Dieser letzte Kampf ist irgendwie eine richtige Katastrophe gerade, Alter. Okay. Oh, keinen einzigen Kill wahrscheinlich, ne? Oh, gosh, Alter. Was war das wieder für eine Kacke? Okay, aber hier ist echt keine Sau, Alter. Hier verlieren die irgendwie richtig viel... Richtig viel Dingen verlieren die gerade. Okay. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Jetzt bin ich fast gestorben, Alter. Alter. Alter, die haben ja richtig viel einen Bereich verloren gerade. Die haben richtig viel verloren, Alter. Die haben richtig viel von ihrem Bereich verloren. Das ist gut. Das ist verdammt gut. Ne, hier haben die wieder ein bisschen was gemacht. Oder habe ich das einfach nicht wieder eingefärbt? Kann natürlich sein. Okay, ich denke... Okay, ich denke, am Ende bin ich abgegangen. Ich habe ziemlich viel eingefärbt. Ah, nee, das... Da, wo ich rumgegangen bin, da oben, das haben die wieder... Das haben die wieder eingeholt. Ja, Scheiße. Ach, Kacke, Alter. Naja. Gut. Das endet halt die letzte Runde ziemlich scheiße. Aber ich war wieder gut dabei mit den Punkten. Kann doch nicht sein, dass ich da immer erster mit den Punkten bin, Alter. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Ich möchte nicht mehr kämpfen. Aber was ich jetzt noch mit euch machen möchte, ist auf jeden Fall, dass wir fucking nochmal einkaufen gehen, Alter. Wir kaufen uns auf jeden Fall eine neue Waffe. Die ich dann im nächsten Part einfach benutze. So, wir gehen dazu in den Waffenladen. Wo gehen wir sonst hin? So, okay. Wie kann... Wie kann ich dich bewaffnen? Okay, eine fette... Ah, da ist der Klecksroller, Alter. Tentacle-Kleckser. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Laber mich nicht voll. Ach, hier einfach ZR. Okay, gut. Was kaufen wir? Tentacle-Kleckser. Der Roller ist eigentlich ziemlich geil, dieser Klecksroller. Den wollte ich eigentlich schon immer annehmen. Was ist das? Eine Sniper oder was? Klecks-Konzentrator. Er hat eine heftige Reichweite. Das Ding sieht aber auch heftig aus. Klecks-Doppler. Sekundärwaffe. Insta-Bombe. Okay, ach. Ja, ja, hier. Ah, das ist also immer diese Sekundärwaffen, bla, bla, bla. Was ist ein L-Sortieren? Nicht gekauft. Ah, im Besitz. Okay. So. Was nehmen wir denn? Ich kauf den auf jeden Fall mal ein. Den Klecksroller. Den werden wir auch direkt anlegen. Heftig, okay. Und ich kauf direkt noch eine Waffe. Hier diesen Doppelkleckser. Den nehmen wir dann auch mal übernächsten Part oder so. Aber nicht anlegen. Okay. So, dann haben wir hier schon mal heftig eingekauft. Und jetzt kaufen wir uns nochmal so ein bisschen Kleidung und so ein Zeug. Was es da alles gibt. Kopfbedeckung. Erstmal wir gehen jetzt in den Kopfbedeckungsladen, Alter. Und suchen uns da irgendwas raus. Und zwar Camperkappe, Alter. Ja. Wir kaufen uns einfach mal die Camperkappe. Und die legen wir uns auch direkt an. Okay. Nice. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal getan. Dann mit der Camperkappe tun wir dann im nächsten Part campen, Alter. Nein, Spaß. Kleidungsstücke auch noch. So kämpfen wir dann auch im zweiten Part. Ich werde mich immer so im Video auf den nächsten Part vorbereiten, sozusagen. Okay. Und ich werde... Mein Plan ist es im LP, alles einmal angehabt zu haben. Weißes Shirt, schwarzes Shirt, blau Streifen. Äh... FC Bonito Trikot. Was? Okay. Wir nehmen einfach mal hier dieses Shirt, ne? Wir nehmen einfach mal dieses Shirt hier. Und legen das auch sofort an. Okay. Boah, ist die stylisch. Sind wir jetzt unterwegs mit der Camperkappe? Nein, Spaß. Und natürlich braucht auch ein heftiger Inkling neue Schuhe, nachdem er Stufe 4 erreicht hat. Alter, was ist das denn für ein Typ? Bisk? Ja, weiß ich nicht. Komm, lass mal irgendwie diese komischen Schuhe einfach mal kaufen. Einfach, damit ich immer alles mal anhatte, Alter. So, gut. Okay. Dann sehen wir jetzt natürlich total sexy aus mit unserem Outfit hier. Und so sexy gehen wir dann auf jeden Fall auch in den nächsten... Kann ich so zielen oder... Nee. Naja, irgendwie wird man das doch hinbekommen. Naja. Okay. Gut. Dann bedanke ich mich für den ersten Part hier, den ihr zugeguckt habt von Splatoon 2. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.